da kurz Prozent Euro Prozent und Bambus Varro Folge 2 ich hab'n Revive bekommen wo bist du gespawnt Prozent Toro neben dem Fichtenwald hallo es ist immer noch diese Scheiße Alter Prozent Prozent er ja und Furt also ich das wichtigste für Futter es ist scheißegal was hat es für den Furt Prozent was ein weiterer Eingangspotten hattest du könntest du kannst du jetzt kannst du dich irgendwie auch schon ein Ding ich mache jetzt einfach bisschen was mit das Matten hauptsächlich oder ja ich ich war ja und Schild und Schicken mehr hatte ich nicht nicht nur Matten und Schicken ich gebe dir jetzt mal 16 Hammel und neun Schicken hattest du Zuckerraun so ich hätte kein Zuckerrauch der Nutzig den ich auch nehmen bin ich ehrlich Leder ledert ich auch nicht ja okay dann ich gebe noch ein paar Blöcke also ja ja und bisschen Holz ich gebe dir mal so sechs Stück und ne Pickel also Steinpicker obwohl ich hätte ne Holzpicker aber ich hätte ne Steinpicker und ne Axt na dann nimmst du die Wechsel einfach ne Holzpicker und Steinpicker und Steinpicker und Steinpicker Steinpicker danke dann wenn ich dir einen schönen Tag bis dann Joa dir auch Ciao b Joa dann spielen wir legitim die Folge ja hehehe Nice warte mal hier können jetzt Mob spaw- oh mein Gott hier können Mob spawnen ich hab ich... oh mein Gott ja Aber eigentlich würde ich schon gerne ein Stück auch finden. Das wäre neulich. Ich mache mir jetzt trotzdem socken. Warum denn nicht? Ah, warte, hier gibt es halt nicht diese roten Pilze da. Egal. Hm, dass so länger ich mit dem Pack jetzt spiele, desto mehr gefällt mir das. Ich mag eigentlich nur was langschwörter nicht so, aber... Oh, falsche Richtung. Naja, dann laufen wir mal andersrum, da. Okay, jetzt weiß ich, dass man kein Food irgendwie finden kann. Außer man ist irgendwie... krass, auf so einem Berg. Joa. Hm, ich hätte vielleicht einen Ofen zurückverlangen sollen, egal. Ich habe alles, ich bin ein Idiot. Hm, kann man aber nicht hochstellen, egal. Auf jeden Fall ehre, dass ich Re-Wolf wurde. Ist auch wichtig und richtig. Ich fühle es erst mal, dass ein Re-Wolf bei mir die E-Team war. Hm. Na, aber ich hätte schon gerne Schocker kennen. Aber ich glaube nicht, dass ich noch irgendwie Schocker-Cat finde. Deswegen habe ich es einfach Dias und Gold und gehe dann irgendwie unendged in eine Fight ran. Da sehe ich mich. Was denn tun wir? Obwohl ich habe... Warte, ich habe jetzt noch ein Maid, ne? Mein Maid lebt ja noch. Ah ja, ich habe Re-Wolf in Bambus. Ich habe ja noch ein Maid. Oh mein Gott. Ich dachte, ich muss das jetzt Solo spielen. Ja, okay, geil. Ich hoffe mal an. Komm, es hilft nicht. Oh, ich spiele gerade Folge Bambus. Er ist geliebt. Toller Typ, Digga. Timo, ich lieb dich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe Food. Oh mein Gott. Ich glaube, ich habe einfach nur Scheiß-Richtung am Anfang gelaufen. Hä? Vor allem findet man Food. Warte, unten ist halt wieder dieses Sea-Level-Ding. Was wir nicht hinwollen. Wir wollen weiter oben bleiben, damit wir Food finden. Also habe ich das verstanden. Was weiter oben man ist, ist es mehr Food findet man. Ich finde es nice, ist es nice, wie der mitmacht bei den Baro. Ich mag es noch. Ich könnte eigentlich gleich runtergehen und einfach auch jetzt ein bisschen machen. Ist mir eigentlich relativ egal. Food habe ich. Holz habe ich. Schlucht habe ich. Das ist so ein F... Das... Oh mein Gott, Timo. Ich spiele gerade Folge Bambus-Ware. Ich habe niemals bekommen. Startet. Was ist? Ich bin noch nicht mehr gestartet. Ja, dann startet jetzt. Da können wir noch zusammenspielen. Ja. Da ist... Was ist der F... Ich bin noch nicht mehr... Das ist aber... Was ist der F... Ich bin noch nicht mehr... hören sollte ich bin noch drauf okay ich hab ein Apfel hier hat jemand äh den geförmte Äpfel Nö leider hat sie den Start verpasst und wurde es nicht freigeschaltet bitte melde dich bei einem der Team mit Gehirn Geh einfach so kurz Nürnberg hat gesagt ich schimmelte jetzt beim ersten Schleim solch Ticket oder da hat die Gäste das Support war darum Konzerne wieder aber ich hab gut es war uns geführt los also ich werde kein gut abgeben ich schätze mehr für mich allein bin ich auch jetzt auch ehrlich ich gehe es auch gleich runter weil schon kein Westerchen befinden genau sie hat die Zeit hast du noch in der Folge 30 Minuten ich gehe mal zu tun Jo ich mag Timo das ist voll süß ja aber ich hab Food ich hab echt viel Food aber kein Sugarcane ich werde auch kein Sugarcane mehr finden und Leder und und ist gerade einer der äh Ding drauf der ohne ja Panda und das ist das Schreiben also nicht Panda komm mal Support und Supporte Timo ja okay tschö 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 muss immer höflich bleiben immer sehr höflich ich meine das hin wie wir gegeben muss auch mal höflich bleiben doch nicht so ein Scheiß warum ich gesagt habe das in Folge egal ja nein das war gefällt mir trotzdem nicht ich sehe meine eigene Meinung kann ich auch sagen lück mich auch nicht was der dann denkt ich habe ihm ja nicht wirklich Kontakt soll ja Sugarcane ist echt scheiße ich glaube nicht dass ich noch Sugarcane finde cool oh mein Gott weil ich das Leder habe oh mein Gott Leder ist schon Weihnachten es ist schon Weihnachten oh mein Gott ja moin Digga wie war ich gefühlt äh dass ich gestorben bin gefühlt besser was mir passiert ist wenn ich jetzt noch Sugarcane hätte schon schon Digga wie viele sind das naja ich habe ja gerade einfach irgendeine random Playlist angemacht keiner wird da kommt gerade Werbung glaube ich ich habe es eigentlich freigeschiffen also ah ich musste ich die Musik lauter gestellt haben in der rekt also ein Ding ich glaube er ist deswegen ah kann man Kalti mal äh auf einmal das wahre könnte was werden ist nicht so scheiße wie ich gedacht habe naja ich schreibe es mein lieber nix böses er hat mich glaubt reviviert warte ich soll vielleicht jetzt mal das äh öh äh 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 sehr typisch erwartet wird mit der tippe der tipptische zu mir er hat auch die Lübs er wird die Lübspaket bestellt sowas so und so wie geht es nun aber ich bin bereit ich bereitet schon am Leben weiß dass das heißt wo bist du und so wie zu im Wieden wird uns wollen wenn wir es wollen wir wissen 500 bis 600 400 ne Warte 300 bis 600 weil ich so starke ich bin gut was du um 25 14 32 also ich habe ich habe also für mich reist für dich nicht also ich habe jeder aber schon gekämpft wird das heftig befinden ist so schon noch unten oder was machst du nein ich würde gern doch aus dem auch ab jetzt die russische Folgen der Schöpfung und dann am besten auch noch schulden zu nirgendspon und ich würde schon untergehend und später und du kannst dann nirgendwo schon besuchen das ist ein Kurs warum und mein Bildschirm ist so verdammt riesig das sicher wird da achte ich auch nicht drauf so flex oder um mein Gott kann flex und Mama Papa ich flexe aber wie läuft könnte ich besser sein kein was haben wir drin auch kein Faithful back drin ernsthaft jetzt egal ich will schon nicht auffallen na ich möchte jemand Schutz denn vollkommen ne ich denke es mir es kommt übrigens dann später gleich Finale und von mir und jetzt schon ich bin ich kann mich nicht beleidigt warum sollte er hat Kamil beleidigt wird es gut gespielt wird in der Welt eine Ecke noch kann ich was mit einem Tag mit einem Tag er fragte sich seine eigenen Meldungen er hat du schon mit Kamen hättest du mich auch mal in der Masse dass du gefragt ob ich taugt will aber nein du fragst aber nicht in der Masse direkt wenn ich es zu spät zu wird und nun zu tun ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin bei der Masse oder ob er folgt was ich nicht gefreut ob ich dabei sein möchte in mir ein bisschen gut jetzt mal mit und geht es mal in dem Leben ja schon mal weil ich das gut da lassen oder mitnehmen Prozent immer mit Prostino im Oktober mit Nutzung ich habe ich doch viel Fuss hier umliegen der 15 zu tun er soll reichen ein welcher Richtung Nürzemberg ich glaube ich komme es nicht zurück zu müssen ich will hier noch die Türen mit dem die hier sind ich will mal den draußen mit m ich glaube ich habe ich schon so wenig Foto es geht echt fest ich höre dass ich gestorben bin das was passiert ist und es wird so mit die Kurs ist auch nur Präger passiert ja dann muss ich nicht hinlaufen okay ich glaube es wird zurück egal ob ich es notiert sie oder nicht ich habe echt viel Food ich äh aber am Ende bin ich halt gestorben weil Camille im Tyrant in mich reingeboostet hat egal egal ich bin zweimal eine halbe Stunde auf gefielten Felden weggelaufen stark aber dritter Platz für unser Team vier Teamkills ist auch neu ist oder? nehmt mal mit nehmt mal mit also Yoshi bitte egal also sag jetzt schnell noch kurz äh ich bin nicht warte hast du einen Ofen mitgenommen? ähm ähm 257 430 aber ich steu jetzt nochmal weil mein ich sehe gerade wie alles standbild ok 2 3 6 Vielen Dank.